Und jetzt eine Konter, schau es hier rutschi uns vor. Hitschne in die Wiederholung, plötzlich. Und Tor! Tor! Und 2 zu 0! Und Tor! 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 4 zu 0! Und Tor durch Gerry Mürren! Bloch ihn darum allein, Tor! Da haben sie die Weltklasse dieses Links aus. Ja, er macht alles wie andere, aber nur ein Moment. Schwerer. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie sehen, Hortense, noch McDermott, Tiro, Rete, 4-0. Er ist perfekt, ein Traversone, ein Tor, der Vincenso von Fertlund. 5. Goal, Johnson, der sich probiert, Karguss, und es ist der 6. Goal für Liverpool. 5. Goal für Liverpool. 5. Goal für Liverpool. 5. Goal für Liverpool. 5. Goal für Liverpool. 6. Goal. 5. Goal. Und ja, ein tolles Ball! Auf den Foto! Es ist ein Tor, der Sie die Gute! Die Gute! Der Sieg! Der Sieg! Der Sieg! Der Sieg! Der Sieg! Der Mann schoort. Durchgekommen durch die Sterke Demboer die er... De Wilde. Prima anvallen, 2-0. Als... Oh! Vannecke. Was man? Gerhard. Joli, Loslan. Zorgt voor 3-0. Geh laus. Schitterende reactie. Aber der Ball steht er wel in. De reactie van Preudon leek efficiënt... Marco Van Basten. Attenzione, de goal! Il Milan in vantaggio proprio nel secondo errore di Salvatori. La palla è per Roberto, anzi per Amor, che insacca un errore di Salvatori. Ecco la palla per Evani, parte il tiro, e goal! Chico Evani porta in vantaggio il Milan. Seconda serie, o secondo ciclo che abbiamo avuto 11 giorni, quattro partite, abbiamo terminato con risultati positivi. Io credo che sia stata una buona partita, giocato tra due buone squadre, con dei buoni giocatori. All'altissima, Maldini. Gullit! Goal! Ball di Ruud Gullit. Proprio nell'esecuzione. Il servizio è perfetto. Vediamo Reikard che spara. Ed è gol! Grande gol di Frenkie. Hit the post! McLear! It's in! Brian McLear scores for United. It was on the cards. Proprietà è gol per la caduta! I for the cup of the final 92-o'go club Verga. Igrà方 è stata molto interessante. Holesi avevano primi. 17-o'one, giocato giocato. Giocato giocato giocato. 1-1. Passo il giocato in Barcelona. Proprietà con McLaren. Stradient! Goal! 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 Da Zola. Im Quinto des Primo Tempo Supplementare Kripp hat den Ball der Supercoppe Europäische. Wir hören uns die Trainer, die Supercoppe Europäische, 2. Trofeo Continentale, von der Skala-Squadra. Wir sind ein paar Bühne. Da Nadine und den Ball. Der erste Ball fand den Ball. Er war es für einen Ball. Der Ball war es für den Schraub. Die Ball ist gut. Die Ball ist schluss. Der Ball hat den Ball. Der Ball hat den Ball. Für einen Ball hat er. Der Ball hat den Ball. Er hat die Ball. ... und so geht es, wie er hat sich den Ball genommen. Und es ist ein Ball. 2-0. Er macht es, er macht es und ein Ball. Kapitän Kamani, Dani Blitz, auf 66. Er macht es und ein Ball. Der Ball ist 4-0. Wieder in die Penalte. ... von Dangotti, Pasticcio, und ein Ball! Grand goal! Grand goal! Proprio Porrini! Sopra i due party cross. Pericolo Padovano. Goal! E' il raddoppio Padovano. E' grandissimo. Zidane. E' un tiro cross pericoloso. Goal! E' il terzo. E' il terzo. E' stato Ferrara. Penso, mi è sembrato Le Gein. All'altra volta ha svirgolato pallone. La man, bella parata. Però la difensione. Parte Rai ed è gol. Rai. 4-1. Accorcia le distanze. Sbagliando molto. Lombardo. Lombardo. Mette dentro. Finalmente arriva il quinto gol. Era nell'area di... Abbiamo trovato Gloria. Abbiamo fatto un gran numero Del Piero con un tunnel ad un avversario. Si stava proponendo proprio per... Vediamo. Del Piero. E' gol! Goal di Del Piero. Avevamo qualche dubbio sulla posizione. Parte Rai. Tiro e Peruzzi non ce la fa. 1-1. Il risultato quando siamo al... Due volte Del Piero e di gol. Bravissimo Del Piero che ha sfruttato una doppia indecisione di Lugin. E' messo bene. Pieri e gol. Ed è il terzo gol per la Juventus proprio alla scadere. A centro al punto di penalti. Anderson deja para el Luis Enrique. E che golazo acaba di marcar il Barca. Che golazo acaba di marcar il... Rivaldo fia il ballone. La pierna a l'izzerza. E' il secondo gol del partito. Rivaldo acaba di marcar il 2 a 0. E' il secondo gol. Giovanni... Gol, 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 gol. Gustavo Poiet, minuto 36. He is in the box with him and Liverpool had the opening goal on a clear break away and how nice. He is in the box with him, beautifully played, Emil Hesky, 2-0 to Liverpool. Cologne with a chance to make it 3, which he does immediately. Oh, that's a beautifully taken goal. Salihamidzic, Jankovic, and it's suddenly 3-2. He has seen very well change Roberto Carlos, and goal. Goal, goal at the same time, has marked the Real Madrid. Guti, back, Roberto Carlos, goal. Great goal of the Real Madrid. He has marked Roberto Carlos. Falta Pauwe, he hit Van Hooydon. And the goal, he has marked Van Hooydon. The goal of Feyenoord. The goal for Guti, goal. He has marked the Real Madrid. The 3-1 goal of Guti. It's the ball, ball into the middle. So Cecho's earned, So Cecho scored. And Milan have taken the lead after 10 minutes. The overall grab of Juna's Rahad and James. Tom Acabat隍es. Toc devised in the end. sembling. Es ist ein Ball, das ist ein Ball. Der Ball ist schrecklich, aber nicht sagen. Der Ball ist auf Dschabrille, Sese, Kinfee, bravo! Aber ein Ball ist nicht Wohin. Der Ball ist auf Dschabrille. 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 Das ist eine Minute, die in Monaco. Marewska. 3-0. Sevilla, Barcelona. Das ist etwas unbefaltig. Der Ball ist auf Dschabrille. Das muss ein Eikulizer für Nczage sein. Diese Zeit, keine Ausländerung. Da wird eine Ausländerung. Der Ball ist auf Dschabrille. Und Jankolowski. Sie bilden. Ein Ball ist aus der Blühre. Sie haben sich gezwungen. Und dann Kaka hat es in. Er war dann da, in der Ende. Der Ball ist auf Dschabrille. Der Ball ist auf Dschabrille. Der Ball ist auf Dschabrille. Der Kieler ist nicht so gut. Der Kieler ist nicht so gut. Geil! Geil! Ihr habt den Portugali. Der Kieler ist der Kieler. Und zurück. Geil. Und noch einmal mit der Kieler ich mich sehr erheb. Reyes, Reyes kann es schreien, der Reyes schreien, GOL! 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 ...Messi! Barca nimmt die Leidung! Guarin Zera! FABRAGAS ist der Ende! GOL! ...GOL! noch das Ah, este sí, ¡qué esperes! ... para el Atlético, puede llegar el tercero, Miranda, el cuarto. Mirado. ... frontal del área, el lío ahí con Radamel, el gol. Quedó la pelota suelta, maquilla el resultado. El co... ... se desmarca el balón, Torre... ¡Golazo! ¡Golazo de Ferran! le tiro al disparo que golazo, acaba de marcar el mejor jugador de Europa en el año, la puede pegar, dos recortes va el disparo, golazo espectacular del Belga, que hace un golazo go Banchuk gol gol va Alaba, golpea Alaba gol, Geus debajo de los palos bueno, ahí va Kroos, parsimonioso Kroos, se frena Die Seite gewechselt und jetzt ist das Tor da. Cristiano Ronaldo. Nur weg. Aber jetzt gucken wir erst mal was Cristiano Ronaldo macht. Der Drift und Drift und Drift. Der Drift und Drift und Drift und Drift. 2-1. Un altro capolavoro. Suarez il tocco dentro per Rafinha. 3-1 Barça. L'hanno fatto ancora. Palla comoda. Suarez. 4-1. La gioia dell'assist per Busquets che non è esatta. Fortuna in mezzo. Palla profonda. Secondo palo Reyes. La zampata di Reyes. L'orgoglio. Per provare a dire di no. Parte con il destro. E non sbaglia. Per il gol del 4-3. Si riapre tutto. Immobile. Subito pericoloso. Tocca in mezzo. 4-4. 4-4. 4-4. Subito Immobile per Colombo. Era ancora Messi. E poi la risposta è 5-4. Posizione regolare. Posizione regolare. Pettro. Daniele Cacco in XR. Di Cacco. Tossuto a Sergio. I balla Stadichia. O Vittolo. Tocca controllo. C'è però Tocca controllo. Tossuto a Donibora. Enna. Cono Bianca. Dio Enna. I Sevilli. 5-5. Di Cacco. Giuirti o Vastre. 2-2. Sto Eleni in XR. A dari Sergio Ramos. Diario Salas. I daino Carvajal. Di Cacco. Di finale. 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 Der Klasse 2-0 für die Real, sehr viele Athleten mit 2. Der Soutan hat eine schöne Koppelung, Lukaku 2-1. Die United wieder in den Match. Der Koppelung, Lukaku 1-1. Sergio Ramos, Spiazza Oblak, porta in vantaggio il Real Madrid. Correa in aria, Correa mette al centro e arriva il pareggio di Diego Costa. La doppietta di Diego che rimette al centro, al volo, un gol fantastico di Saúl. Per Vitolo che allarga, Koke! È un trionfo col Cionero. Der Koppelung, Lukaku 1-2. Firmino, Spiazza, Giorginho, stesso Rincorza, corta, trasformazione. Barclay aveva intuito. Origi, Kepo aveva intuito. Mount! Alexander Arnold! Emerson! Gran rincorza, Salah! Abraham, centrale! Il y a un solo match pour la compu. Il y a un autre match. C'est parti pour Rochampos et contre toute attente, Séville prend l'avantage. Rélevandos qui la remise pour Goretzka. C'est le Bayern. C'est du grand Bayern. Diego Carlos et ça revient encore. Ravi Martinez! Das ist der letzte Spiel mit Leibayam! Mandi, Pepp, Alonso, ωραίο! Die Ausstellung, Mount, ωραίο! Gomez, Feyeno, ωραίο! Rabba, Goal! Pulisic, Goal! Kepa, ωραίο! Rudiger, und Albiol, päftigt! Casemiro, und Dalvin Alaba hat eine Tapp-in, für die Europäische... Karrie Benzema, das erste Mal, das erste Mal!